Hi wieder recht herzlich willkommen bei den Hardware Checkern wir schauen uns heute das Fractal Design Note 605 an das Gehäuse das vor allen Dingen im Wohnzimmer eine sehr gute Figur machen soll als Multimedia PC System oder auch einfach als kleine Gaming Station Was das Gehäuse kann was es für Features hat und was es sonst noch so drauf hat dazu mehr in diesem Video und in meinem Test Ja Fractal Design möchte mit dem Note 605 vor allen Dingen Leute ansprechen die sich im Wohnzimmer ein schickes System bauen möchten Allerdings nicht zum Beispiel auf eine große Auswahl an Komponenten verzichten können dazu gehören zum einen dass in dieses Gehäuse normale ATX Mainboards reinpassen Aber natürlich auch ITX sowie Micro ATX Platinen ein normales ATX Netzteil hat dort auch seinen Platz gefunden wie wir uns nachher anschauen werden Daneben ist es auch möglich normale PC Express Grafikkarten zu montieren das Gehäuse bietet hierfür sieben freie PC Slot Ausgänge unter anderem natürlich auch für Soundkarten Netzwerkkarten oder was ihr sonst für Erweiterungskarten einbauen möchtet Im Inneren dann des weiteren Platz für bis zu vier Laufwerke im 2,5 oder 3,5 Zoll Format Und wenn ihr natürlich an eurem Multimedia PC auch mal eine DVD anschauen möchtet Bietet Fractal Design im Note 605 die Option an, dass ihr ein Slimline Laufwerk einbauen könnt Besonders cool ist, wie ihr es hier schon gesehen habt, die Front gelöst Ist aus massivem Aluminium gefertigt, schwarz eloxiert und natürlich gebürstet für diesen sehr coolen Look Wie ihr ihn auch hier schon erkennen könnt und auch in meinem Test auf den Fotos seht Der Vorteil an der Front und auch an der gesamten Optik des Note 605 ist einfach, dass es sich an der Optik von Verstärkern oder Endstufen orientiert Die meistens ja im Multimedia Bereich schon vorhanden sind oder vielleicht auch noch angeschafft werden möchten Somit gliedert sich dieses Ding dann perfekt in eure sonstigen technischen Geräte ein, die ihr da so habt Und es sollte da keine Schwierigkeiten Bei einem Multimedia System, was in eurem Wohnzimmer natürlich seinen Platz findet Ist es besonders interessant, dass es eine Menge Frontanschlüsse bietet Damit man auch schnell seine Daten austauschen, hin und herschieben und so weiter und so fort kann Fractal Design versteckt ihr allerdings auf der Front, dass wenn ihr sie nicht benutzt, nicht das Design stören Unten im Bereich finden wir eine Klappe Wenn wir die aufmachen, dann kommen die Frontanschlüsse zum Vorschein Wir finden hier natürlich neben den normalen Anschlüssen wie USB 3.0 Audio In, Audio Out Auch noch einen Firewire Anschluss So wie was ich persönlich sehr cool finde Einen integrierten Kartenleser für SD-Karten und auch Kompakt-Flash-Karten Gibt ja auch noch ältere Kameramodelle, die zum Beispiel auf Kompakt-Flash-Karten setzen Und hier im hinteren Bereich, beziehungsweise im von euch gesehen linken Bereich Gibt es dann hier ein Plätzchen für ein Slimline-Laufwerk, wenn ihr das dann einbauen möchtet Wenn man nun einen Blick auf die Rückseite des Note 605 werft, fällt einem sofort auf Das ist das normale ATX-Design, nur einfach um 90 Grad auf die Seite gekippt Da finden wir dann die PCI-Ausgänge, einen Platz für euer Netzteil sowie die Ausgänge von eurem Mainboard Anders ist hingegen, dass hier oben anstatt einem 120- oder einem 140mm-Lüfter wie bei normalen Tower-Gehäusen Lediglich zwei 80mm-Lüfter ihren Platz finden Ein kurzer Blick auf die Seitenteile des Note 605 lässt uns erahnen, dass wir hier Platz für Lüfter haben Wir haben insgesamt 420mm Lüfterplätze Zwei davon sind von Haus aus schon mit einem Fractal-Design-Lüfter bestückt Der dritte Lüfterplatz, da könnt ihr noch einen reinbauen, wenn ihr das machen möchtet Und der vierte Lüfterplatz ist dann für euren Netzteil-Lüfter reserviert Denn der befindet sich dann unterhalb des Netzteils, wenn ihr das dann eingebaut habt Zum Thema Festplatten-Racks, die eignen sich im Note 605 nicht nur dazu, natürlich die typischen Laufwerke einzubauen Sondern eignen sich auch wunderbar dafür, die Kabel zu verstauen Denn Kabelmanagement ist im Note 605, je nachdem wie viele Kabel ihr habt Ein klitzekleines Problemchen, einfach auch aufgrund der kompakten Abmessungen, die das Gehäuse bietet Nicht unmöglich, aber ihr werdet einige Zeit investieren müssen, wenn ihr das sauber haben möchtet Und dafür eignen sich dann eben zum Beispiel ein leerer Festplatten-Rack, in dem keine Laufwerke eingebaut sind Ein weiterer Problempunkt ist an der Sache, dass das Slimline-Laufwerk, wenn ihr denn eins einbauen möchtet Ebenfalls unter den Festplattenkäfigen montiert wird Sprich, wenn ihr hier also die rausnehmt, eine lange Grafikkarte reinmachen möchtet Und auch noch viele Kabel habt Dann werdet ihr da einiges an Female-Arbeit haben, um das Ganze dann so ins Gehäuse reinzubringen Ansonsten bietet das Fractal Design Note 605 außerdem an den Seiten bekannte Staubfilter Die könnt ihr auch abmachen zum Saubermachen Somit sollte das Gehäuse weitestgehend im Inneren staubfrei bleiben Und ansonsten wäre es das erstmal mit dem Fractal Design Note 605 Abschließend lässt sich festhalten, dass das Fractal Design Note 605 eine sehr gute Figur macht Vor allen Dingen, wenn es um einen schicken Multimedia-PC geht für euer Wohnzimmer Oder auch für euer privates Zimmer, spielt ja auch groß keine Rolle Ist designtechnisch wie die größeren Fractal Design Gehäuse sehr schlicht und edel gehalten Passt sich somit nahezu jeder Einrichtung an Was die Features angeht, gibt es bei dem Gehäuse auch nichts auszusetzen RTX Mainboards passen rein, auch größere Grafikkarten passen rein RTX Netzteil natürlich ganz klar auch dabei Und auch was die Features angeht, wie Dämmung oder Staubfilter Oder auch die Bestückung des I.O. Panels Auch hier bleiben keine Wünsche offen Kleine Kritikpunkte sind zum einen das Kabelmanagement Was allerdings etwas der kompakten Größe geschuldet ist Und die vormontierten Lüfter sind bei 12 Volt Lüfterspannung etwas laut Wenn euch das stören sollte, tauscht ihr die einfach aus Ansonsten kann ich euch das Fractal Design Note 605 Für knappe 134 Euro nur empfehlen Wenn ihr noch auf der Suche seid Nach einem Gehäuse für euren Wohnzimmer-PC Oder vielleicht auch für euren praktischen Desktop-PC Ich hoffe, das Video hat euch gefallen Wenn ja, dann gebt mir einen Daumen nach oben Oder lasst mir ein Abo da Oder uns besser gesagt Ansonsten einen ausführlichen Test Findet ihr natürlich auch dazu im Forum von PCGHX Link dazu ist unter diesem Video Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Ciao